Ich hab ja nie 100 ausgetrennt, was wir im vorherigen Video schon erzählt haben, und nun gibt's das Re-Win-Spiel, was es zu werden wird, ich meine, nicht nur noch, aber auf jeden Fall, du bist ja auch ein Re-Win-Win-Spiel, die Re-Win-Spiel, und hast ja, wo ich dafür investiere, also viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.